Was ich gemacht habe, damit mein Fotostudio zum Selbstläufer wird, erfährst du in diesem Video. Ich habe mich heute tatsächlich hingesetzt und mal überlegt, was habe ich eigentlich damals so wirklich Wichtiges gemacht, so dass mein Studio zum Selbstläufer geworden ist. Und zwar so ein Selbstläufer sogar da, als ich aufgehört habe zu fotografieren, dass ich gar kein Marketing mehr betrieben habe, dass ich monatelang noch weiter Anfragen, Anfragen, Anfragen täglich hatte. Und heute noch, zwei Jahre später, kommen immer wieder Anfragen rein, obwohl ich gar kein Marketing oder seit zwei Jahren gar nicht mehr fotografiere. Das heißt, was habe ich da gemacht und wieso hat das so einen starken Effekt, dass es noch immer, noch immer da ist. Und da gibt es drei wichtige Dinge, die ich mit dir teilen möchte. Der erste Punkt war tatsächlich, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, okay, ich mache Moradi-Fotografie zur Marke. Ich will selbst eine Marke sein, das heißt, Moradi ist eine Marke. Wenn jemand Babyfotografin sagt oder Babyfotografie oder Babyfotos, Keks, Mesh, Uber, soll der Name Moradi fallen. Das habe ich mir damals zum Ziel gesetzt, habe es auch erreicht. Und wieso eigentlich? Weil ein Markenaufbau führt zum Selbstläufer, das heißt, die Menschen wollen zu dieser Marke gehen. Was ist dabei wichtig? Es ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, für was steht denn diese Marke überhaupt? Wer ist denn diese Marke? Okay, diese Marke braucht ein Gesicht, ganz wichtig. Und sie braucht Werte. Sie braucht Werte und eine Mission. Und für mich war es damals einfach anspruchsvolle und exklusive Fotografie. Dafür steht Moradi-Fotografie. Die Marke steht dahinter. Das heißt, das darfst du dir wirklich mal überlegen. Hey, welche Marke willst du denn überhaupt sein? Für was stehst du? Was willst du verkörpern? Was verkörperst du? Natürlich habe ich mich ja in diese Marke reingebracht. Und ich habe mich selber geformt, so wie ich sie haben möchte. Und das war ein Punkt, der mir geholfen hat. Der nächste Punkt war die Präsenz auf Social Media. Das heißt, ich habe wirklich den Augenmerk darauf gelegt, auf Social Media aktiv zu sein, um meine Mission, um mein Können, um meine Werte nach außen zu bringen. Und das Ding ist, viele machen sich so Augenblick, Social Media und so weiter, Angst vor Sichtbarkeit und so weiter. Aber ich verrate dir eine Sache. Ich hatte auch Angst vor Sichtbarkeit. Das allererste Mal, wo ich live gegangen bin, ich habe gedacht, ich übergebe mich gleich, wenn es so schlecht war. Ich habe gezittert. Mein ganzer Körper hat geschrieben, nein, bist du verrückt, das können wir nicht machen. Aber ich habe es gemacht. Aus welchem Grund? Weil dieses Ziel dahinter, ich war viel zu neugierig, was ist dahinter, was kann ich dahinter mir erreichen, war einfach größer als diese Angst davor. Und eben diese Präsenz auf Social Media, das hilft ja enorm beim Markenaufbau. Aber die so aufzubauen, dass es für dich keine Arbeit macht. Ich merke das immer, dass Fotografen, das ist so schwer und das ist jetzt herausfordernd und so weiter. Aber beobachte mal, alles, was am Anfang herausfordernd ist oder schwer ist, erinnere dich, wo du zum allerersten Mal deine Kamera in der Hand hattest, wo du zum allerersten Mal versucht hast, Manuel zu fotografieren, war ja auch ab dem ersten Moment schwer. Und jetzt kannst du es im Schlaf. Genau das Gleiche ist auch bei Social Media. Erlaube es dir, dass es auch leicht werden kann. Und diese ständige Social Media Präsenz hilft dir auch enorm beim Markenaufbau und hilft dir enorm damit, dass es ein Selbstläufer wird. Weil wenn diese Social Media Präsenz einfach automatisiert ist, einfach in den Alltag integriert ist, ist das keine Arbeit mehr, sondern es ist einfach da. Es gehört einfach zu deinem Leben dazu. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das hat für mich damals enorm viel gedacht. Und dann gibt es eine wichtige Sache, die habe ich damals auch Fokus drauf gelegt, da lege ich heute auch als Mentorin komplett den Fokus drauf. Und zwar Kundenbindung. Ich habe immer die Frage gestellt, wie geht es denn meinem Kunden? Was mir so wichtig war, war einfach nur, wenn der Kunde rausgeht aus meiner Tür, hat er ein Lächeln im Gesicht. Das heißt nicht, Achtung, das heißt nicht, du musst zu allem Ja und Amen sagen, auf gar keinen Fall, sondern ich habe den Fokus darauf gelegt, wie geht es meinem Kunden, wenn er bei mir ist. Wie fühlt er sich? Was braucht er? Welche Gedanken hat er? Was ist ihm wichtig? Das heißt, ich habe Fokus auf den Kunden gelegt, habe darauf geachtet, dass es dem Kunden wirklich gut geht, dass er mit einem Lächeln rausgeht. Und wieso? Weil er dann wiederkommt. Er kommt dann wieder. Und habe natürlich auch dieses Angebot auch dem Kunden gemacht, dass er wiederkommen kann. Also ganz, ganz wichtig, das unterschätzen auch so viele Fotografen. Und was ist dann passiert? Dass die Kunden jedes Jahr immer und immer wieder zu mir gekommen sind, sodass ich wusste habe, ah, Oktober, wo kommt dieser und dieser Kunde wieder zu mir? Ah, Weihnachtsstudings, oh, die Kunden, alles alte Kunden, die wieder zu mir kommen. Das heißt, Kundenbindung. Wie geil ist das? Weil das Tolle daran ist, wenn du eine Kundenbindung aufbaust, wo dir die Menschen wirklich auch zu dir passen, das ist wundervoll. Du arbeitest immer wieder mit den gleichen Menschen. Das ist ein anderes Gefühl, als ständig nur Neukunden auf diese Neukunden auf diese Neukunden auf diese Neukunden auf diese. Das ist nachvollziehbar. Und so entsteht eben dieser Selbstläufer-Effekt. Sodass du eigentlich gar nicht mal viel machen musst, sondern dass alles im Alltag integriert ist. Du musst nicht mal viel darüber nachdenken, sondern es ist einfach alles da. Und die Kunden sind da. Die Kunden sind da. Und natürlich ist auch der Umsatz da. Das waren eigentlich die Dinge, die wirklich entscheidend waren, damit mein Fotostudio zum Selbstläufer geworden ist. Und wenn du das auch möchtest, willst, dass dein Fotostudio zum Selbstläufer wird, dass du deine Marke aufbaust, dass du gesehen wirst, dass du deine Werte und dich selbst in das Business integrierst und damit komplett herausstehst, wenn du das erreichen willst und dabei von mir unterstützt werden möchtest, dann bewerbe dich liebend gerne für den Moradi VIP-Club. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link. Einfach das Formular ausfüllen. Und wir sprechen dann demnächst gemeinsam in einem persönlichen Gespräch, wo wir herausfinden, wo es für dich hingehen darf. Und ja, ich freue mich, dich kennenzulernen. Und wir sehen uns im nächsten Video.